Ja, Fonsi Uda Davis, wie ihr ihn kennt, ist wirklich mega sympathisch in der Bundesliga geworden bei vielen Fans und hat auch wirklich eine krasse Entwicklung in der einen Saison jetzt hier in 2009, 2020 vollbracht und ist mittlerweile auch wirklich einer der besten Linksverteidiger in Europa, würde ich schon sagen und der Typ ist verdammt schnell. Und heute war ich auf YouTube, ich habe zufällig entdeckt, dass er einen YouTube-Kanal hat und er zeigt uns heute ein Haustour. Ich hoffe, dass Fonsi nicht irgendwann mal abhebt aus dem Ruhm und Erfolg und hoffe, dass er bodenständig bleibt, denn so mag ich ihn eigentlich momentan. Aber wir reacten heute zusammen auf das Video von ihm und ihr könnt das gerne natürlich auf dem YouTube-Kanal von ihm dann später abchecken. Aber heute gibt es das Video von Fonsi, diese Haustour. Mal schauen, was er so zu Hause hat. Sein YouTube-Kanal heißt Fonsi und das Video wurde vor sechs Tagen hochgeladen und ja, wir hören mal rein, was Fonsi uns so zu sagen hat. Okay, geiles Intro. Fonsi ist auch der einzige oder einer der wenigen Spieler, die wirklich Social Media aktiv sind. Ich meine, wer TikTok auf ihn verfolgt, der rasiert dort absolut alles. Und jetzt auch YouTube, finde ich nice, finde ich nice. Die Spieler sollten eigentlich mehr sowas machen. Das wäre absolut geil, so hinter den Kulissen zu sehen, was die Spieler machen. Ich glaube, würde jeder feiern. Vielleicht sehen wir sowas bei Fonsi. Okay, Fonsi hat schon das YouTuber-Ding drauf. Like und subscribe. Yo, also es ist eine Wohnung, okay, und der Bruder hat schon sein Gaming-Setup im Hintergrund offen. So muss es sein. Come in, come in, come in. How are you guys doing? Good? Yeah, yeah, yeah. Welcome to my crib, you know what I'm saying. Yeah, how are you doing? Yeah, yeah, yeah. You know what I'm saying? Corona-Door. You gotta be careful. It's my door. You know, you just can't do there. You know what I'm saying? Follow me this way. So this is my bathroom, right? There's like the actual bathroom. Obviously, I'm not in here. I'm upstairs most of the time. You know what I'm saying? We'll go upstairs, you know what I'm saying? On to the next one. Also, Gäste. Badezimmer, oder? Bin mir nicht sicher, weil er hat gesagt, er ist oben. This is my actual bedroom. You know the vibes, you know what I'm saying? So this is the actual bedroom. You know, when a guest comes, it's... You know what I'm saying? You know what I'm saying? It's typisch amerikanische. Also, er ist Kanadier für viele, die das nicht wissen. You know, I hang out with me and they want to sleep over. They come in here and do the thing, you know what I'm saying? Put those blinds off. It's dark in here, like, like that cave, you know what I'm saying? And he was following me this way. Let me show you up to the next one. So you come and you follow me this way, you know, this is my kitchen, this is where Chef D does all his work, you know what I'm saying? I chef it up. In the kitchen, wrist twisting like, you know what I'm saying? My snacks, yeah. I go to the fridge. Wie viele Süßigkeiten? Alter. Er läuft bei ihm. Also, ja, wenn man Sportler ist, kann man sich das geben. Ich meine, man verbrennt so viel. Wenn ich, würde ich in der Chipstüte in der Woche einmal essen, Feierabend. In the kitchen, wrist twisting like, you know what I'm saying? My snacks, yeah, yeah. Show the fridge. You know, me and my shoulder, me and my mendem. You know what I'm saying? Ja, für viele, die es nicht wissen, er hat auch eine Freundin. Don't watch that, don't watch that, don't watch that. Don't watch that. Anyway, so, ja, I'm saying. You know what I'm saying? This is where I chef it up, you know what I'm saying? Obviously, I ate, so I haven't done the dishes yet. Chef it up. Ich glaube nicht, dass er selber kocht. Oder sehr wenig selber kocht. Wenn man sich die ganzen fertigen Sachen anguckt, dort, auf dem Tisch. Oh, my bread, my, 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 my. Oh! I've got it! Oh! My bread, my bread, it's my, my microwave, you know what I'm saying? It's all my bottles, I need to get rid of him and I need to collect my guac. Digga, wie viel Fund ist das? Wie viel Fund ist das, Leute? Schreibt mir mal in die Kommentare. Was denkt ihr, wie viel Fund das ist? Pro, oder insgesamt? Ich glaube, 25 bis 30 Euro pro Tüte wäre schon drin, oder? Circa? 15, 20, 60 Euro. Ich glaube, 60 Euro für alles. Ich collect mein Geld durch die Räume. So, yeah, man. So, das ist meine Kuchen. Ich sage, meine Cereals und all das. Ich habe Spaß gemacht. So, ihr folgt mich, MTV, you know what I'm saying? You follow me, MTV. Also, er verarscht ja auch uns. Also, so eine Haustour, wie wir sie ja kennen. Und deswegen habe ich am Anfang gesagt, hoffentlich hebt er nicht ab. Wie wir jetzt, oder manche von Bibis Beauty Palace gesehen haben, also die geht ja komplett oder loss. Also, das, was die gezeigt hat, ist ja, äh, ja, andere Welt. Für manche gar nicht vorstellbar, dass man so überhaupt wohnen kann. Und für ihn, also bei ihm ist einfach nur lächerlich, er bringt es ins Lächerliche. Finde ich halt mega witzig. Macht ihn auch mega sympathisch so. Oh, should I say Fonzie TV today, you know what I'm saying? Anyways, I haven't played, you know what I'm saying? So, this is my, uh, my bike. You know, when I need some exercise, I need to strengthen up my legs. You know what I'm saying? Yeah, exactly. I come here, I do my thing. My computer, my gaming thing, you know what I'm saying? I play some video games. Let me show you these headphones, Fonzie TV. You know the vibes, this is the 120th anniversary of Bayern. You know what I'm saying? What? Can't hear you, fam? You know what I'm saying? Yeah, exactly, exactly, exactly. Look at these. Yes, sir. You know the vibes, anyways. So, you bought me this way, on the TV, you know what I'm saying? This is my outside, this is my grill. I got my workout thing out here. Anyways, let me shoot outside, come on outside, come on outside, come on outside. My view is what I see when I step outside here. I got my neighbor, hey, what up, Nick? I don't know. And I got my bike back there, you know what I'm saying? And, I'm such a boy. It was a bicycle, you know what I'm saying? I mean, he can make a lot better, much better living room. But, he makes him more sympathizer, that he stays so stable and not directly... I don't know, he's going to the best penthouse in Munich. He's going to go in or something. It's really possible. I mean, he's got paid well. Bye-bye. So, if I was new there, so you have to move in. Let me help you out. Oh, voila. This is my big couch, you know what I'm saying? My big coffee couch. Get it? Anyways, yeah, this is my TV. You know what I'm saying? My gaming system. My headphones. When I'm out here, bossing people in the car. He's lit. He's A. He's B. He's C. You know what I'm saying? Anyways, this is my water. You can stay hydrated. This is my piano. Let me move on. Whoa. Let me show you what I've been working on. Come here, come here. Let me get it. Goddamn. Listen, listen. Listen, listen, listen. This is what I've been working on. Mozart, safe. Listen, listen. Fuck, I think it's from Mozart. I'm not sure. Yeah, anyways, yeah, that's it. So I know so far, you know what I'm saying? Boy, I need more practice. But I'm getting there, dude. Before I come in, don't worry about this. That's my speaker. Follow the TV, follow me this way. You know, up the stairs. You know, I can do this at least four, five, six times a day. If I want to, you know, get some more upstairs or something downstairs. So, yeah, this is my room. Obviously, it's empty. You know what I'm saying? Oh, yeah, man. This is my bag, you know what I'm saying? Big, comfy bag, you know what I'm saying? My back, my leg for everything to, you know, be stable. You know what I'm about to do some speed on the field. It's my closet, you know what I'm saying? Bear clothes. Big drip. You know what I'm saying? So I'll see you. Come this way. My t-shirt. You know what I'm saying? I'm more meant, I should say. There's no S. So, yeah. Another testament of Jesus Christ. For the Mormon, okay. I'm hearing these sometimes, you know what I'm saying? I got my name on them. So, yeah, keep the design. Follow me this way. Come on, let me pull over. I got something special in here. Like I said in the beginning of the video. I got a little surprise for you. A little prize, you know what I'm saying? Okay, we'll get some surprise at the end. The video, we'll see that. This product. With his butt, buddy? Does wonders for you. You know, with a spray like this. Aber, das haben alle Fußballer. Standardtasche bei allen Fußballern. Wirklich. Louis. Äh, ja. Bag. Ich weiß nicht, wie man sowas nennt. Äh, für Intensil in aller Art. Yes. Glaube ich. I wish you guys could smell it, but... Yo, you put this on. Show it, baby. Magnet, check it to you. Anyways, you know what I'm saying? Come here, come here, come here, come here. Come here, come here. So, yeah, this my, this my master. Kannst du dir mal das Video nochmal anschauen und so oft, ähm, oder mitzählen, wie oft er you know what I'm saying sagt? Würde dich mal echt interessieren, wie oft das so im Video vorkommt. Nehmt seine Freundin auf? Weiß ich, hab's grad fast... Gesehen. Beim Glas von... Ja, ich weiß nicht, ob es seine Freundin aufnimmt. Get ready in the morning. My beard coming through, you see the sideburns. Yo, what are you doing now? I'm still. I don't know what this guy. My face wash, you know what I'm saying. In Camtun, if you know about this, you're real on stuff. Dolph. Shout out, Dolph. But last but not least, this room, my prized possession. This room, I take a lot of care, dedication to this room right here. You know what I'm looking at? Y'all can't see. Ey, ich bin echt gespannt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt irgendwie noch ein Spielzimmer kommt oder so. Kino oder so ein Scheiß, kleines. Ah, okay. Sein Museum. Oh, er hat schon einige paar Sneakers und ein paar Schuhe. Ja, moin, okay. Die ist die eine, okay, er hat schon ein paar Barben, okay, alles klar. Alter, richtiges, richtiger Sammler. Jordans. Ein paar Jordans. Ihr könnt einen Schuh gewinnen. Ich weiß nicht, ob es, wenn ihr jetzt das Video anschaut, noch möglich ist, aber ihr könnt eins gewinnen. Okay, okay, at the end of the video, I'm gonna give away one of these kicks. Obviously, they're all size 9 or 8 1⁄2. Because sometimes I like when my boots a little bit smaller, my size. Size 9, 8 1⁄2. Was ist das, 42? Für mich? 42 1⁄2? Oh, I'm sorry if we're not the same size. And this one right here, just for a not, but not lucky, uh, lucky female. Obviously, I wore these shoes and I thought they were my size. But turns out they're female size and they're female shoes, so I was pretty bummed. But yeah, anyways, um, these are the kids, these are the kids that I'm gonna give away to a female. So these are what the kids look like, you know what I'm saying? Green, gold. Green and gold. Haha. You know what I'm saying? Jordan 23 Jumpman. Okay, ich würde eigentlich gerne seine Fußballschule sehen. These ones right here. Obviously, as you can see, I don't wear it a lot. I did wear a couple times in the season, but I don't be wearing these a lot. So, uh, if you want these, I can... Er ist Team Nike, oder? Ich habe jetzt keine Art, ich glaube. Ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich einen Vertrag bei Nike hat. Ich meinte, da waren auch noch Adidas Schuhe. Bin mir aber nicht sicher, ich will gerade auch nicht labern. Muss sein, ja, ja. Ich glaube, das sind alles Nikes. Wo ich sagen muss, Adidas, Puma machen in den letzten Jahren einen viel besseren Job als Nike. Das war so die Zeit bei CR7, ja, aber mittlerweile. Machen die anderen echt einen guten Job. Abonnieren, liken, irgendwas kommentieren. In der description below, you go follow me on Instagram, go follow that Instagram. You take three friends on the last video, you know what I'm saying? Take three friends. Alter. Screenshot down when you do it, DM me, done. And you gonna be put in a hat, like a hat like this, you know what I'm saying? I'm gonna write the names down, or whoever wants it. Okay, wenn er alle DMs schreibt, Hut ab. Ich meine, wie viele Videos hat das Video? Fast 100.000 Videos. Stell euch vor, er kommt wirklich mit 10.000 DMs. Er muss 10.000 Zettelchen reinschreiben. Okay, wir wollen jetzt von sie nichts unterstellen, aber schon durstig nach Abonnenten. Naja, wie dem auch sei, zum Schluss bleibt mir einfach zu sagen, ey, freut mich überhaupt, dass er seinen YouTube-Kanal hat. Ich meine, da gibt es sicherlich noch andere nice Videos. Hab jetzt erst entdeckt, was da abgeht. Oktoberfest, ja, er ladet ja auch nicht so oft hoch. Aber mal schauen, was das wird. Und bin echt froh, dass er so bodenständig ist. Ich meine, ja, die Wohnung ist nicht krass. Ich glaube, es gibt einige der Zuschauer, die wahrscheinlich eine krassere Wohnung haben. Aber um das geht es ja gar nicht. Auf jeden Fall bodenständiger Typ. Mega cool, mega sympathisch. Bin ein riesen Fan von ihm. Und würde sagen, lasst mal eure Meinung zu der Wohnung von Fonzi. Wie findet ihr ihn als Typ? Und ist er einer der besten Linksverteidiger momentan Europas? Mit dieser Frage beende ich auch das Video. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.